Hi, ich bin Marlena, ich bin die Betriebsleitung der Boulderwelt Dortmund. Wir sind mit über 3.000 Quadratmetern einer der größten Boulderhallen europaweit. Der größte Vorteil ist natürlich, dass es kaum Arbeit ist. Wir arbeiten mit sehr viel Boulder-begeisterten Mitarbeitern und legen jetzt nicht unbedingt Wert darauf, dass die ausgebildeten Köche sind. Und da ist es natürlich super, die Resch und Frisch Produkte haben eine super Anleitung. Wir haben Öfen von Resch und Frisch. Wir schieben die Pizza rein, drücken auf den Knopf. Ein paar Minuten später kommt die Pizza raus und schmeckt einfach nur super. Das heißt, was will man mehr?